Hi liebe Leute, heute das Video wird auf Deutsch sein, deswegen für alle nicht deutschsprachigen. Ich habe hier Untertitel für euch, auf Englisch, einfach bei YouTube anklicken, ihr wisst wie es funktioniert. So, heute die Corona Challenge. Der, Dennis und ich haben Bock auf einen Döner und den besten Döner gibt es nicht in München. Wenn man in München Döner essen will, dann sollte man zum Hauptbahnhof fahren und das werden wir machen. So, Challenge. Wir fahren zum München Hauptbahnhof, essen einen Döner und kommen wieder hierher, ohne irgendwas zu berühren, weil Coronavirus wird über Berührungen übertragen. Wisst ihr alle. Also es wird glaube ich ganz lustig und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. So, also Fahrkarte müssen wir uns schon mal nicht mehr kaufen. Musst Big Brain. Mach Big Brain. Perfekt. Du darfst es doch nicht berühren. Snake, are you okay? Snake? Snake! Auf geht's. Also, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Auf geht's mit Corona. Ja. Ich muss das Früh machen mit dem Zug. Bei den Zug. Ahaha. E-haha. 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 so wir müssen jetzt noch zur bank ja ich habe kein bargeld und döner ohne bargeld gibt es nicht weil wie soll denn der arme kerl dann falsch geld machen so wir müssen jetzt keine fahrkarte kaufen weil dieses video gesponsert ist von der deutschen waren app deutsche waren app ist nämlich die app auf der ihr eure tickets online wir haben einfach monatskarten fertig erste challenge ist geschafft wir sind in die s-bahn reingekommen am hauptbahnhof aus der dass man rauskommen wird glaube ich auch kein problem das ding wird beim zurückfahren ja es war dann so zu nehmen dass irgendjemand wieder mit aussteigt ja auch jaiter auch ja Nein, dann ist das zu. Kannst du keinen umarmen, hä? Du siehst, die Hände sind verbrüren. Nein, was darf ich? Nur so nicht berühren. Perfekt. So, ich muss noch die Büroklammer opfern. Sie ist jetzt infiziert, die konnte ich nicht länger. Sie hat gute Dienste geleistet. Das war's. 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 Ich hab's recht gesteuert. Also jetzt erklär ich dir, warum ich einen Lamsbiss genommen hab. Weil der wird dann über dem Feuer gegrillt, der ganze Spies. Und das tötet Corona. Da war's. Ja, da war's. Big brain, oder? I can be your hero, baby I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away Das war's für heute. ich habe es geschafft zum hauptbahnhof und wieder zurück ohne auch nur irgendwas anzufassen und hat er mit corona überlebt der dennis hat es leider nicht zurück geschafft der wurde leider infiziert und ausgeschaltet so wie ihr seht bin ich jetzt wieder zu hause ich habe es heil überstanden und dennis habe ich sogar auch mitgenommen leider infiziert also bloß zur sicherheit er hat kein corona er ist einfach nicht mit mir nach hause gefahren weil warum ich hab doch corona also ich habe kein corona glaube ich ich habe mich nicht heißen lassen schaut bei dennis auf seinem kanal vorbei heißt bayern dennis zusammengeschrieben mich mit bayern tennis verwechseln oder auf seinem kanal bayern tennis like kann man schon da lassen was ich dachte ich dachte ich dachte ich mache mir das problem die krank ist ich kann nicht mich aber es nicht so interessiert du kannst du nicht Creature das ist passiert ich bin nicht so aktiv